Es sind mehrere Ja safe muss auch was draußen auch Alles geplant ich hab so viele Ideen Nur die Umsetzung Harpers Willst du eine MP7? Ach gönn dir AKM liegt noch da AKM Hinter uns äh hinterm Dorms Busch Kommt wahrscheinlich zweiten Stock rein Ich geh runter Ich mach die 3 Ja Ja sind hinterm Dorms Laufen glaube ich wieder vorzugucken Kiosk Bin ich sicher Okay Ja sind hinter Kiosk glaube ich Bist du gleich kurz gesteppt? Ja ich war oben Holz Ja ok Du läufst oder? Ne Ja ok Ja Er ist im Erdgeschoss unter mir Weil ich hör sie die Schritte erst werden sie nehmen Ok Er ist im Erdgeschoss im L Ich komm runter Du bist im Ich bin im zweiten Treppe Ja Erdgeschoss Achtung der ist im L Elfer Also direkt links Down Noch einer rechts Hier durch Noch einer rechts Hab ich Nice Ja durch Ich hätte hier mit flashen sollen, ich fucking idiot, man. Nichts ohne mach ich's für dich. Perfekt. Gut. Bei dem Mosin? Meiner hat er da. Okay, meiner Mosin. Ich muss mal hochkommen, ich muss mich CM essen. Ja. Wir haben einen dritten, oder was? Ja, ja. Geh hier rein am besten. Er muss 18 Stunden warten. Hilft nix, Marki. Oh mein Gott, was war das? Alter. Sind so ein wichtigen getötet, oder? Schauspieler. Es wird ein Fähler haben. Geh hier rein. Schauspieler. Schauspieler. Was ist natürlich tragisch ist, ich warte schon wieder nicht geflasht. Ich warte schon wieder. Ich bin raus. Leute, mein Gedankengang war so. Ich war raus aus seiner Schussbahn. Er hat aufzuschießen und wollte mir hinterher, weil er wusste, dass ich gedamaged war. Aber dann habe ich wieder raus und habe ihm im Laufen halt einfach gegeben. Denk an die Fläsche. Perfekt, Tom. Danke. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke. Oh, da lebt ja immer noch einer. Ich dachte, wenn der jetzt tot. Nein! Ach, bitte, Alter. Bitte! Das bin ich, Achtung. Ja, ist links oben drin. Oh, na jo. Das ist jetzt glaube ich linke Seite, Achtung. Not sure. Ja. Bin tot. Bin oben rein. Der ist direkt vorne mit der reinkommensrechte Seite hinter der Tür. Aber rechts an der Mauer ist auch noch was. Aufpassen. Ja. Deswegen musste ich hochpushen. Da sind mehrere. Ja, safe. Muss auch was draußen. Das MDR, das M in MDR steht für Maya. Bitches. So. Bin gespawnt. Äh, ich noch nicht. Soll ich dir mal einen Hammer? Weißt du, was ein Hammer ist? Was denn? Ein Werkzeug. Boah, ist der stumpf, Alter. Ja, ist stumpf, Alter. You got me. Weißt du, was lustig ist? Was lustig ist? Ein Witz. Achso. Ja, okay. Ist schon besser. Ist schon besser. Ja. Ich würde mal sagen, 99 von 100 Mal ziehen die, ne? Safe, Alter. Das sind meine Lieblingswitze. Die bringe ich auf jeder Party. Wenn ich Mädels beeindrucken will, Alter. Vielleicht bin ich das nur wegen der Jungfrau. Oben läuft einer. Oben auf dem Bunkern. Linke Seite. Aber der ist weit, weit weg. Ja, ja. Ich sehe ihn. Den kriege ich. Oh. Hat der uns gesehen? No way. Der sieht nicht so dick aus. Ja, der könnte ein Skeftler sein, war. Der sieht eine Pistole oder sowas. Ja, ja. Der hat eine Pistole. Ja, das wäre bitter. Ah, er ist nach links. Nach links. Habe ich kurz gesehen. Da in den Sandsäcken, glaube ich. Dann würden wir nochmal neu auswählen, Matt. Vielleicht liegt schon ein Toter. Ein Toter Skeft. Ein Toter Skeft-Spieler. Weißt du, was ich denn verstehe? Was denn? Chinesisch. Ich auch nicht. Ja, siehst du. Oh shit. Radar. Radar am Bahnhof. Okay. 2 PMCs down übrigens, weil ich einfach der Killer-Scaf bin, Mann. They call me Killer-Scaf. They haten. Level 4. Oh, Alter, der hat da eine sick gemoddelt der SKS. Da sehe ich mich ja ganz klar. Oh nein. Nein, der hat ein internes Magazin mitgenommen zum Nachgeladen und hat gemerkt, dass er gar nicht nachladen kann. Oh nein. Oh nein, Alter, ist das bitter. Ah, der Arme. Ist das bitter. Der Arme. Er hat ein internes Magazin mitgenommen. Alter, shit. So, kümmern wir uns mal um die Radar. Warte mal. Können wir die schnell nachladen? In vorn einer Kante? Ja, Achtung, das ist ein Radar irgendwo. Die haben gerade auf den... den Sieberhäuser geschossen. Rechts am Bahnhof geht's auch ab. Radar links. Einen Radar down. Wenn den pushen, können wir sein Gear holen. Hol du mir mal, hol du mir mal sein Gear. Liegt da unten. An den Boxen. Ich bin mit der SKS eigentlich ganz gut aufgestellt aktuell. Der hat einen Radar drauf. Scoochie for the beginning. Hinter uns. Hinter uns. Achtung, Achtung. Der ist hier an der Tür. Hebt er noch? Weiß nicht. Ich versuche ihn von oben zu holen. Halt auf... Nachzuladen, Alter. Geh mir nicht auf den Sack, Mann. Hab ihn. Guter Mann. Besser gegeben. Face Shield is cracked, Junge. Ja, ja, klar. Was meinst du denn? Ich kann gar nicht anders. Mein Aimboard lässt das gar nicht zu, dass ich daneben schieße. Sauber. Jetzt hab ich den Indoor-Sound. Ich muss mal kurz Indoor gehen. Warte mal schnell. Mhm. Mal eben kurz... Und zu dir? ...den hier zu Gemüte führen. Schalalina, dadida, dadada, dadada, dadada. Nice to Glock, Alter. PS hat er geschossen, der Raider. Irgendwann. So. Ja, ein Raider fehlt aber noch. Dahin hast du halt eben auch geschossen. Könnte sein, dass er da hinten irgendwo lang ist. Oder die Tuts von da drüben den gemacht haben. Ja. Ja, wo ist der Fußnägelkauer jetzt? Keine Ahnung, ja. Hat keinen Bock. Hat auch keinen Bock. Hey, keine Ahnung, wegen mir. Komm mal raus, du. Das ist... Lick's los in der Hose. Keine Ahnung, wo der dritte ist. Heatpipe, komm. Hab ich das auch? Oder? Bestimmt, oder? Ja, hab ich... Der eine war da, der andere war da. Vielleicht ist er... Keine Ahnung, oder? Geh rechts rum? Ja. Links rum. Er müsste übelst gefressen haben. Das war ein Down bei mir. Aber auch ein Down. Egal, ich bin... Ich sag nie wieder was gegen Helme, Alter. Nie wieder. Nie wieder. Machst du selbst gerade Metall? Ja, das bin ich. Okay. Boah, Junge, Alter. Die zwei Dudes hier, ey. Oida. Was ist das? Schmackig. Ja, aber keine Ahnung. Dann können wir mal Heatingpipes gehen. Zlatan, grüß dich. Zwei Küste auf die Nüsse. Ach, perfekt. Kannst du da jetzt nochmal einen Schuss auf den... Helm aus? Wie viel AP hat dein Helm noch? Wie viel AP dein Helm noch hat? Ich hab den getauscht und weggeschmissen. Keine Ahnung. Ich hab nämlich zweimal Fuel Tank hier. Boah, du Arschloch. Boah, du Arschloch. Boah, du Arschloch.